Karte abgelehnt. In dem Fall müssen wir die Karte durchschneiden. Probieren Sie es noch mal, die Karte geht. Ich muss die Karte durchschneiden. Schneiden Sie die Karte nicht durch. Legen Sie die Schere weg. Bezahlen Sie Ihre Rechnungen, Randy. Sandy. Sandy? Es ist ein Name der Frau. Ich bin Sandy. Mein Name ist Sandy. Das war jetzt eine Beleidigung. Sie haben Ihren Gerechtstermin vor drei Tagen in Florida versorgt. Ich war noch nie in Florida. Das Wandlungsfoto. Diese Person hat Ihre Identität gestorben. Mann, er ist ein... Ist das eine Frau? Sandy Bigelow. Patterson. Hustle. Everyday I'm hustling, 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 hustling. Hustle, hustling, hustling. Und jetzt fliegen Sie runter und holen Sie her? Oh nein. Sie müsste direkt hier vor uns stehen. Dann könnten wir was tun. Ist das der neue Standard bei der Polizeiarbeit? Wie wäre es, wenn ich nach Florida fliege und sie herhole? Dann wäre ich entlastet. Hab ich recht? Daddy, der Fernseher ist kaputt. Ich bring das wieder in Ordnung und deshalb muss ich verreisen. Das ist doch verrückt. Du jagst keine Verbrecher. Ich schaff das. Sie ist wie ein Hobbit. Ich mache Jagd auf Bilbo. Erwischt. Sandy Bigelow. Patterson. Wir können es auf die harte oder auf die sanfte Tour machen? Die sanfte wäre mir lieber. Sie wehren sich ja! Und wie? Schlägst du die Anfragen? Eddie? Ich hab diese Gitarre geliebt. Ich verklag dich. Das war nicht die sanfte Tour. Du hast Geld von Paolo geklaut. Ach du Scheiße. Kommen Sie mit mir nach Denver. Ich werde keine Anzeige erstatten. Und da schießt auch keiner auf Sie. Du hast nichts in der Hand. Das Spiel können wir den ganzen Tag spielen. Bist du ein Kenianer? Alles in Ordnung? Wir sind immer noch auf Kurs. Wir müssen weiter. Ich werde dir mal sagen, was hier los ist. Sandy sieht gerne bei Zoom. Oh nein, 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 nein. Ich darf diese Frau nicht aus den Augen lassen. Entzöckend. Das ist furchtbar. Danke. Das ist wahnsinnig! Das war kein Kompliment. Ich weiß. Sie wurden von einem Auto überfahren. Sind Sie überhaupt ein Mensch? Man muss aber einfach die Beine locker machen. Das hab ich im Internet gelesen. Wie wär's mit Musik? Mein Milch-Check Wir gehen 500 Meils zu Warte, den krieg ich! Das lach! Barracuda! Alles okay?